ja hallo und herzlich willkommen zu den 100 abonnenten special also jetzt ist ja gerade 106 aber ist ja auch egal ich habe euch ja versprochen dass ich bei meinen 100 abonnenten special ja ein paar ältere videos von mir zeigen werde die waren nämlich vor zwei jahren das ist echt peinlich aber bevor wir dazu noch mal kommen muss ich euch fragen die audioqualität ok sie ist eigentlich gar nicht so schlecht aber mein pc war damals sehr laut und es war echt schlimm das eigentlich hochzuladen es ist noch nicht es ist nur ein 480p format deswegen sieht das auch etwas komisch aus aber ist auch egal ihr werdet mich dann auch mit facecam dann gleich sehen wie ich das kommentieren werde ich hoffe es gefällt euch weil ich tue das jetzt wirklich nur für euch und wenn wir dann 150 oder 200 ich würde sagen 150 abonnenten erreicht haben werden noch mehr videos kommen denn ich habe glaube ich insgesamt davon 40 videos oder so irgendwas 28 oder 30 irgendwas waren dann auf jeden fall mehr als 20 videos ja und ich sag mal so ich glaube da fangen wir mal gleich beim ersten video an ich habe mich nicht mit facecam gezeigt bin ich auch vor drüber aber ich werde das ja sowieso gleich mit facecam kommentieren aber das sehen wir dann gleich ne bis gleich hallo wir wollen euch heute im let's play äh jetzt war schon gta 4 damit hatte ich ja bestimmt schon gta 4 so ich bin jetzt erst mal auf doch diese stimmende das ist das das ist das ist das ist von mir von mir von mich ich kann nicht auch sprechen ich bin deutscher so er hat er etwas ein bisschen in die luft gejagt ein bisschen viel in die luft gejagt warte mal also ich finde auch gut guck mal ein baum ist gewachsen ja ein bigfoot baum Wir machen kurz auf Pause zu dem Bigfoot-Baum, äh, Bigfoot-Baum muss ich sagen, ähm, wir hatten nämlich, äh, früher eine in unserer Klasse, die wir nicht mochten und so, und die haben wir den Bigfoot genannt, äh, Bigfoot, äh, die Leute mein Deutsch, Bigfoot genannt und so, und deswegen hieß dieser Baum so. Also, wie ihr schon sehen könnt, äh, das Bild hier ist gerade nicht, äh, das Beste und bei euch sieht es gerade noch ein bisschen komisch aus, weil ich in 69 Format hab, aber ist auch egal. Wir machen einfach mal weiter. Ich weiß nicht ganz, ich mach mal ein bisschen leiser, weil ich weiß nicht, ob die sogar lauter sind als ich. Ach, machen wir weiter. Hier sind seine Schafe, äh, ja, der ist... Machst du es so, glaub ich, auf jeden Fall? ...enten, alles Mögliche da drin ist. Ich sag mal, die freuen sich sogar bei mir, ne? Ah ja, genau, die Kinder-Aption. Zeig jetzt, wie sie Kinder bekommen. Wie die Kinder kriegen. Ach geil, wir zeigen es euch. Übrigens, die Diamantelrüstung ganz ehrlich, ähm, gebaut. Ihr seht ja, keine Hekt- äh, Cheat-Programme. Du musst ein Männchen, hier, deinen Sitzung herherziehen und dann musst du ein Weitchen und dann kriegen wir Kinder. Guck. Oh, guck mal, eh, liebe, liebe, ganz viel Liebe ist da. Und da bekommt ein PC schon Frames-Entbrüche. Ihr hört auch schon etwas im PC im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das so hört. Ich hör das auf jeden Fall ein bisschen. Aber ein bisschen lauter. Das ist ja Massenmörder, ey. Ich wollte eigentlich Massen-Sucht sagen, aber egal, das war dann, kann ich mich noch gut erinnern. Aber egal drauf. Oh, scheiß drauf, Alter, ich... Boah, Alter, ich weiß, voll ist er mit da. So, wir müssen mal ins Haus zurück. Etwas ablegen. Ui, das war ein bisschen sehr weit. Ich muss sagen, mein PC war damals sehr alt. Und dafür ging das super noch. Und yo, 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 lebt den noch. Ich hoffe doch, damit ihr das Video noch ansehen könnt. So, jetzt legen wir erstmal ein bisschen was ab, damit wir viele Sachen sammeln können. Ja. Tu das. Zuoraus come. Na, da, 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 da. So, Eier brauchen wir nicht, Samen brauchen wir nicht. Nein. Feder. Das ist Tippenwisch. Tippenbeute. Achso, Feder. Feder brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Sind für Bohnen und so eigentlich. Diese Eier natürlich auch nicht gescheatet. Ja, ich bin sowieso jetzt voll jung. Da muss von Youtube gesperrt werden, mein Freund. Wie wenns das Let's Play hieß, ähm, ja, Let's Play Together Minecraft, die Ente, werdet ihr schon sehen. Oh, in den Arsch, oh, meine besten Skillerkraft hab ich mir gezeigt. Oh, guck mal, der ist voll'n Kopf, der guckt mich so komisch an hier, ne? Na, mein Kleiner, oh, guck mal, der hat ne hohe Frasse. So, jetzt haben wir's getötet. Ich, ich muss sagen, ich fand mich damals sehr cool. Also, weißt du, wir sind zusammen mit den Ausdrucken hier. Genau, er sagt es. Also, beim ersten Mal, da hat's irgendwie nicht so geklappt, wie wir's wollten. Oh, in der Luft getötet, hast du gesehen? Ja, in der Luft. Wahrscheinlich. Jetzt klappt's hoffentlich. Jetzt gehen wir auf Wilde, die wir jagen. Hat klappt? Ach, klappt. Auf Zombies zum Beispiel. Ja, Zombies, Sweepers oder sowas. Oh, Leder. War das überhaupt nicht gleich? Oh, Schweine. Oh, jetzt mein bestes Killer-Kripte, passt auf. Oder immer Männer, was? Ender Männer, alles mögliche. Alter, ich hab'n voll'n Kopf geschlossen, der stört nicht. Ja, was? Ich verstehe gar nicht. Es ist doch nur ein Schlupsack. Jetzt mein bestes Killer- Jetzt geht's weg, aber wir haben uns schon getroffen. Ab schnell hinterher vor's abhauen. Und jetzt die Ente. Oh, eine Ente. Wie kann ein rotes Schwein abhauen? Die Ente. Das ist ein Huh-Nan. Warte mal. Das ist jetzt ein Huh-Nan-Ente. Ne, das ist ein Huh-Nan-Ente. Ich glaub, Enten gab's da auch nicht. Ein Profil, wahrscheinlich. Wirklich? Guck mal, er ist voll'n Arsch hier. Was für ein Profil? Jetzt weiß ich nicht, was er meint mit Profilen. Okay, ich würde sagen, wir enden jetzt erstmal den Park, weil wir wollen gucken, ob es funktioniert hat. Okay, okay, auf. Ciao. Ja, jetzt seht ihr grad hier dieses schöne Screen. Ich hab das jetzt nämlich gedownloadet. Weil wenn ich es nämlich bei, ähm, ja, im, bei YouTube angucken wollte, da, ja, da ging das irgendwie nicht so wirklich. Aber deswegen hab ich mir das gedownet und hab jetzt so angeguckt. Also wundert euch nicht. So, das war jetzt die erste Folge. Ich werd jetzt auch noch die zweite Folge sein von euch. Deswegen, wir sehen uns bis gleich, ne? So, wir sind wieder da. Da bin ich wieder. Okay, und ich hoffe, jetzt gelappt ist mal. Mhm. Wo wollen wir denn hier machen? Was denn klappt? So, ich würde sagen, auf Dorf. Und du? Ach so, was ist jetzt eigentlich bei den anderen? Da hat's doch jetzt grad so... Haben die überhaupt jetzt denn ausgesehen? Na gut. So. Habe ich natürlich jetzt eine andere Welt genommen. Komischerweise keine Antwort. Warte mal, ich muss nicht das sagen. Ich muss erstmal wieder die Einstellung ändern. Ja, wir müssen die Steuerung immer ändern. Weil jeder einmal anders besser kann. Ja, oder Aldi wird jetzt Stammspieler. Ich bin immer Stammspieler. Ja, ist überall egal man... Okay. Schöner Knarre im Hintergrund. Der hört wahrscheinlich den PC, Alter. W sintowましょう so. Eigentlich ist es noch lauter. Achso, genau Ich bin schon bei mir unsicher, dass er auf mit Doppelschicht ist. So, hier war mein Achterbahn. Schöne Achterbahn. Die aber nicht so gut gelungen ist, weil die nie hier nach oben kommt. Ja, ich kann mich damit noch nicht aus, deswegen... Wundert euch nicht, warum das so bescheuert ist. Ja, guckt euch das an! Doch, 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 doch! Er schafft es! Oh mein Gott! So, jetzt muss er... Slow motion jetzt! Jetzt wird's spannend, Freunde! So, ja, ganz langsam lernen wir uns! Ganz langsam lernen wir uns im Ziel! Schritt für Schritt. Ich fand, sie waren sehr unterhaltsam. Alter, wie viel Geschwindigkeit wollen wir denn haben? Null! Beste Deutsch wieder, Mann? Nääääää! Muuu und jetzt rast der Muuu Gucken wir mal was schaffen. Wir schaffen das? Ja wir schaffen das. Wir sind am Ende. Und gleich solltest du aufsteigen, weil sonst runterfliegen... Schieben. Ähm... Okay. So dann tun sie viel unten. Alter der ist noch zur Hälfte drauf. So schieb mal die Bahn dann wieder hoch. Ja tschü. Guck mal hier jetzt schöne Aussicht, wa? Es ist bloß blöd wenn man hier vorne stecken bleibt, ne? Ja, dann müssen wir vielleicht ein bisschen schieten. Muuu. Oh, auf der Girl, wir müssen schieten. So jetzt fahren wir weiter. Muuu. Gleich gehts wieder runter. Und dann gleich wieder hoch. Wuuuui. Und da. Und dann muss das eben noch mal entschieden. Muuu. Scheiße. Wo ist sie? Wo ist die Bahn hin? Wo? Sie haut ab! Alter! Nein! Bleib hier! Nein! 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 Schatz sich da reinzusetzen und dahinter zu rennen aber gut. So jetzt wollen wir mal baden ne Runde. Warum beschäftige ich mich überhaupt mit der Wachterbahn? Nein! Nein! Nicht weiter! Nein! So! Nicht da! Oh, zum Glück. So jetzt fahren wir mal ein bisschen wieder zurück. Scheiße! So jetzt haben wir es nicht geschafft. Jetzt darf ich... Ach komm, wir lassen eine Bahn. Wir machen was anderes. Ja, aber... Da hab ich den aufgegeben. Guck mal, ich hab mir jetzt einen heilen Puste drauf. Oh! So, wie wär's denn jetzt hier auf Eddys Haus? Ne, warte, wir machen mal eine Rundtour hier. Um die Insel. Mega spannend. Eine Rundtour. So, weil ich bin hier in einem Dschungel... Guck mal, sind meine ganzen Boote da unten. Weil ziemlich viele Boote verloren. Ich bin auf Boote abgefahren, auf jeden Fall. Verloren. Ich will Holz hacken! So. Und war warnt das nochmal? Ich will Holz hacken. Ich will Feiner. Achso, die Videona. Ich bin jetzt ein bisschen. Aber meine Nase juckt, Freunde. Türken ein bisschen. Guck mal, jetzt ja. Oh. Das Spiel muss echt absächtig sein, du. Nee, äh, äh. Ich war sehr gut im Zielen, seht ihr das schon? Nee, schlicht. Nee, schlicht. Ich war perfekt im Zielen. Nee, schlicht. Nee, schlicht. Oh. Der hat getroffen. Oh, Schwein, gar weiß gar nichts, wo's hinrennen soll. Ja, klar. Nur das Massenmöhe. Ihr Angesamt dazu. Warum ist eigentlich so oft Massenmöhe? Schlimpse. Nein. Mein Wortwahl damals, ne? Headshot. Voll auf den Kopf. Guck mal, und die macht die gar nicht, wa? Dafür muss ich stehen. Genau. Los, drück ab. Nein, nicht laufen. Scheiße. So, jetzt ist es Atom- Oh, ne, doch nicht. Putsch. So, jetzt haben wir doch einen Summi-Brand. Ich glaub, ich sollte ein paar Survival-Games mehr spielen. Guck, das sind immer die Punkte. Wenn ich jetzt hier machen würde, ne? Hier, guck, und dann kommen die Punkte zu mir. Tutorial. Guck, und jetzt bin ich Level 1. Ja, wir haben's geschafft. Ja. Das Lustige damals ist, ich wusste nicht mal, was... Ich wusste nicht mal, was Level 1 bedeutet, oder was überhaupt die Level 1 bedeutet. Hier ist ein Jongi, ne? Mhm. Schon überall grün und so, ne? Finde ich auch. Wenn es jetzt hier hoffentlich ist, so. Äh, was ist hier gleich? Ich hoffe, es ist jetzt so. Wer? Ey, das wäre auch mal ganz schön, wie oben Alia war. Ein Haus zu bauen. Oder ein Baumhaus jetzt bauen, ne? Ja. War eine gute Idee. Warte mal. Warum hat das ein Baumhaus? Warte mal. Also bei mir hat das irgendwann sehr schnell generiert gewählt. Komm, früher war hier immer Schnee drin, ne? Und hier wurden immer Zombies und so gespawnt. Oh. Ach, siehst du das? Guck mal. Ja. Ich werde immer so die Zombies und so gespawnt haben. Leute, ich hatte keine Ahnung von Minecraft damals. Ich hab... Vielleicht ein Pool für die Zombies? Zombie-Pool! Ich dachte hinter mir. Das ist ein Witz forever. So, ein ziemlich großer Pool für Zombies. Durchgang. Okay, also... Ich hab mir da gelabert. Leute, das sieht ja cool aus. Das sieht ja nur aus mit der... Einer hält das ganze Ding hier fest. Eine Minecraft-Logik. Vielleicht zum nächsten Part... Klar, FPS. Äh, kleine FPS-Einbrüche. Ein Baumhaus oder auf dem großen Hügel, was hier gerade... Oh nein 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 nein! Ein... Haus bauen. Okay, also... Dann würde ich mal sagen... Warte mal. Erstmal müssen wir... Äh, wo ist mein Haus? Keine Sorge, die Folge ist da. Ist dein Haus? Äh, ich glaub da irgendwo... Äh, nein. Hier ist kein Haus. Aber da ist ein Boot. Boah, hatte ich einen Orientierungssinn. Doch, da... Da ist doch ein Haus. Ey, das schwebt. Ein schwebendes Haus hab ich auch noch nicht gesehen. Jetzt nicht mehr. Ja. Oh, schade. Nee. Ich greife mein eigenes Haus an. Das ist süßes Sinn. Ein eigenes Haus ab. Guck mal, ich hab hier einen Stall und Kinders drin. Weil die... Ja, die springen ja irgendwie mal raus. Die können ja rausspringen. Ist nämlich mal komisch. Oh. Äh, nee. Dann fällt gar nicht in die Umisseln, würde ich sagen. Ich will nicht mein eigenes Tier sein. Oder dafür wäre der Eddy. So. Okay, dann würde ich mal sagen... Heute mal bis Schluss. Okay. Und nicht vergessen zu abonnieren. Tschau. Genau, Leute. Nicht vergessen zu abonnieren. Ich muss sagen, es waren nicht die, ähm... Ja. Die allerschlimmsten Parts von mir. Also wenn ich übrigens ein bisschen in der Facecam, äh, lecke. Das liegt daran bei, wenn der Facecam scheiße ist. Aber es soll auch gar nicht das Thema heute sein. Mensch, war irgendwie so mein Standardspro. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ähm... Diese Videos waren nicht von mir die peinlichsten bisher. Die waren sogar bisher noch... Die waren die ersten zwei Videos und waren eigentlich auch die... Best, ähm... Ja, die best... Ja, die best... Beleikten Videos. Und aber auch schon ziemlich viel gedisliked. Ist mir auch klar. Heutzutage. Also jetzt gerade. Ich würde es auch nicht anders machen. Ich hoffe... Echt... Wie nimmt das zu Herzen? Ich habe das jetzt auch nicht so unterkommentiert, weil... Sie waren halt nicht ganz so lustig. Aber ab dem 150, ähm... Abospecial werde ich noch peinliche Videos nehmen. Warum sage ich das überhaupt? Ach, egal. Und... Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Dass ihr... Also ich denke mal nicht, dass es euch wirklich gefallen hat, weil... Wer will schon diese Videos angucken? Ich nicht. Auf gar keinen Fall. Niemals. Auch wenn ich es gerade getan habe. Niemals. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Also, falls ihr jetzt gerade hier mit dem Test kommt, ein bisschen komisch seht hier. Hier, dass hier irgendwie nur schwarz ist. Und hier kann ich irgendwie noch weiter. Das ist gerade... Ja, mein Open Procaster spinnt gerade ein bisschen rum. Aber... Scheiß drauf. Anders konnte ich es gerade nicht mit Webcam machen. Weil ich habe schon gesehen, dann heute so... Ja, scheiße, schon, 106 Abonnenten muss ich mal mit Special raushauen, ne? Und dann... Ja. Ich weiß gar nicht, wo ist es heute noch raus? Heute ist der... 16. Ne, Quatsch. 23. 20. So bin ich dumm. Und... Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Euer Werder Eddy. Bei 150 Abonnenten werde ich noch ein paar indische Videos reinstellen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Euer Werder Eddy. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.